Hallo, herzlich willkommen ihr Lieben. Es geht weiter mit ARK. Ja, und wir suchen immer noch ein bisschen Material zusammen und versuchen uns ein bisschen zu orientieren und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Oh, hallo. Oh, Moin. Oh, Paterialsuche. Das ist mal das erste, wisst ihr ja. Obt ihr auf Assa Island auch schon gesehen? Und, äh, ich habe doch irgendwo gerade noch. So, ich will ja mal gucken, dass wir weiter Holz bekommen, damit wir den Ofen gut anfangen können. Aber ich, auch nochmal, äh, Fasern brauche ich unbedingt. Jetzt kann ich diese Lebengeger nicht bauen. Die werden dummerweise ausgerechnet mit Faser gemacht. Und ich habe keine Sende. Und da ich auch immer keine Barren habe, also eben lange das dauert, bis die durch sind, vielleicht hat man ja gar nicht mehr ausreichend. Kann ich mir das Sende vielleicht brauchen. Doch, müsste ich einfach nicht machen können. So. Das Bock-Eier hat auch hier irgendwo rum. Ja, sind alle Materials am Ende. Ne, ich bin am Töten. Och, ich bin am Töten. Der Töte ist immer alles hier. Ja, ich töte gerade einen Golem. Ach so, ich konntest doch reiten. Aber du hast doch keinen Sattel, ne? Ja, es ist das. Und zweitens stört der mich hier beim Farmen. Ach so, ja, dann mache ich ihn Platz. Warte mal, hier ist ein Baum. Die nehmen wir auch noch mit. Nein, ich bin doch die Achse auf, ja. Jawohl, jawohl. Und hier probieren. Ein paar Plattieren müssen wir irgendwann auch noch machen. Ein paar Mühle. Und ein paar Meierklauen gehen. So. Ausbrüten. Und dann komm doch eigentlich noch wozu an Arbeit. Das haben wir neulich gezeigt, ne? Eier ausbrüten. Wadden? Was? Eier ausbrüten? Ja, das machen wir noch. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt mit dem Raum. Das stelle ich mir bei der Hitze etwas, ähm, ja, wie sagt man... Problematisch, ne? Ja. Das könnte schwierig werden. Was ist denn das hier? Hallo, du Klau-Vogel. Ich komme. Komm, du bist ein leckerer Biss. Oh, bist du dort? Ich geh's abbauen. Oh, nötig, ist das ein Kohle? Ne, ist das kein Kohle. Das ist so in seinem Steckplatz. Ah, da ist er. Jetzt ist er wieder weg. Hm, wo ist denn der doge Vogel? Hey, du komm her, du Klauer, du. Du lass ja meinen, meinen, meinen... Ah, jetzt hat der mich doch tatsächlich vom Sattel gehauen. Ich glaub das ja wohl nicht. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn, ich kann das nämlich nicht mehr. Ich bin Gabe. Hast du ihn, hast ihn? Hast du ihn fertig gemacht? Oh, gut. Ich glaube, du hast das geschafft. Guck mal, wir müssen die Bäume da drüben. Brauchen wir Material. Ich holen noch ein bisschen Holz. Mal gucken. Oh, hier ist ja auch noch ein bisschen was. So. Und doi. Wegpacken. Ja, wenn wir alles mit. Boah, jetzt kriegst du lauter Beeren. Ich will auch gar keine Beeren fahrsam, möchte ich gern. Ach, scheiße, für die Ringe brauchen wir auch noch Zement. Hat schon einer Zement gefunden? Nee, ne? Schettin hab ich schon. Steine sind auch da, müsste eigentlich klappen. Gefunden hab ich sie allerdings. Ach so, wir können ja Zement bauen, ja genau. Äh, herstellen. Ja. So, einmal zurück. Da ist der eine Wasserfall. Das ist doch Türisch-Tür-Richtung, ne? Hört mal klar. Nee, wir müssen hier, glaube ich, hin. Jo, da ist unser... Das ist doch so klein und unscheinbar, wenn man das überhaupt nicht sieht. So. Gut, ich kann ja mal eben Zement versuchen. Moment, das müsste... Da haben wir nicht viel gekriegt. Nee. Ich gucke mal auf, das schmeiß ich mal da rein. So, dann haben wir hier ein bisschen den Teil. Ja, da sind schon 29. So, äh, ja, wie sieht's da aus? Ja, da kommt noch dazu. Den hab ich. Und Fasern hab ich, genau. Da kann ich jetzt das Dach mal hier draufsetzen. Und das sieht eigentlich meine Gesundheit aus. Mir ist nämlich super, super heiß. Oh, steht's über am Feuer. Ja, ich brenne auch so schon wieder. So, und denk immer, schön Kaktus essen. Das hilft mir echt ungemein. Ich bleib bei meinen Koteletts. Boah, mach doch, du bist doch eine Koteletts. Ich dampfe richtig. Leute, ich dampfe richtig. Heißen muss gleich auf. So, ich bin nicht mehr auf. So, jetzt schaue ich das mal herzustellen. S plus. Warte mal, S plus, Ado. Oh, ja, das ist ja Ado. Was ist denn das? Ado, die Foundation. Stack Cable. Ach ja, das sind die Aufeinandersteckbaren. Ja, das ist ja. Brauchen wir aber im Moment nicht brauchen. Ja, ich brauche. Ja, ich brauche. Ja, ich brauche. Ja, ich bin ein bisschen zufrieden. So, das glittert nicht mehr. Wieder nicht, oder? Oh, jetzt brauche ich Probe. Das war hier aber noch. Sprottenweise, genau. Ja, das fehlt dann noch. Oh, jetzt fehlt mir wieder Holz. Jetzt fehlt mir wieder Holz. Guck mal, Holz hatten wir noch gesammelt. Das ist mir auch noch Holz. Oh, meine Güte, ist das eine mühselige Ackerei, ey. Sie sind ganz schön verwöhnt von unserer Wand, ne? Von unserer Eilung. Wieso habe ich denn jetzt kein Holz? Habe ich das alles da reingekommen? Ja, dann nehmen wir da was raus. So geht das irgendwie anders. So, die Blätter noch. Okay. Ähm. Ähm. Ah, jetzt haben wir schon mal wieder welche Herbst. Das ist so. Also, was ist denn das? Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Tür. Dann machen wir hier ein kleines Notfallhaus haben, würde ich sagen. Also, was ist denn da auch eine liebe Treppe? Was ist die Ding? Eine Treppe. Eine Rampe. Na ja, wir gehen mal in der Rampe. Das auch. So, die gehören dorthin. Das kommt hier hin. Das ist nämlich raus. Der Wasserflauch, der ist hier eigentlich völlig unbrauchbar, würde ich mal fast brauchen. Sehr schnell verbraucht das Wasser. Deswegen sollte jeder noch einen von diesen Tieren haben, was Bock auch hat. Ja, wäre gar nicht schlecht. Da kann man jederzeit drangehen und trinken. Und wenn sie nur da stehen. So, ich dampfe nämlich schon wieder. Ich muss unbedingt dieses Haus zukriegen. Moment, wo ist. Machen wir hier jetzt alles schön dicht. Dann haben wir hier nur den Ofen drin. Aber den müssen wir irgendwann rausstellen. Ja, selbstverständlich. Das war ja jetzt alles nur, damit wir schnell mal an ein bisschen Material kommen. Ja. Sonst wird die Bude, wenn ich von innen auch weiß. Dann könnt ihr oben draufstellen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, das wäre eine Idee. Dann nehmen wir den neuen da hoch. Den neuen da hoch. Naja, es wird ja eh größer hier. Ich versuche ja erstmal hier den Notbarhaus um ihn zu bekommen. Oh, die gehen von alleine auf. Oh, die sind cool. Auf, so. Hey, klasse. Die Tür sind gut. Hier ist Raven Air 214. Bitte Landeerlaubnis. Ich bin ohne Landeerlaubnis gelandet. Schweinebacke. Okay, Landeerlaubnis gewährt. Danke. Oh, was habe ich jetzt hier? Moment. Achso. Und auf welcher Landebahn darf ich reinkommen? Von West nach Ost, bitte. Wie ist der Wind? Äh, null. Das Ding ist hier so heiß. Wind, null. Ups. Achso, warte mal. Hier kommt eine Treppe hin. Mache ich trotzdem erstmal zu. So. Hier mache ich eine Treppe hin, dass wir nach oben können. Äh, warte mal. Der muss wieder raus. Aufheben. Ja, sehr schön. Das war halt so eine... Ähm... Was los, Samus. Was, he? Mann, die Tür ist ja voll. Ich gehe immer auf und zu. So, jetzt kann ich keine Treppe bauen hier, oder? Ja, guck mal in die Treppe hinfüge. Treppe. Na doch, geht. Ich stehe noch nicht unter Leben. So. So, hier sind nochmal 1000, äh, äh, Kaktuss, äh, Spalten drin, ne? Das ist in den mittleren. Mittleren? Was für mittleren? Mörser. Ne, hab ich halt in den Schrank getan, erstmal. Oh, ich muss erstmal gucken nach Zement. Oh, hier kommt auch gleich ein Dach drauf, dann. Muss mal gerade gucken. Ich hab, glaube ich, gerade Zement bisschen was, äh... Ach so. Ich hab' den Schrank reingetan. Wollte ich auch machen, ne? Hast du, äh, das ist ja wenn ich so früh... So. Dem, äh, Gobble, äh, in dem Golem. Oh, der hat Zement. Ah, das ist gut zu wissen. Ja, ich bin jetzt gerade mal an diesem Mörser hier dran und mach mir mal eben ein bisschen Zement, weil ich werd' gerade nervös ohne, ähm, Ring. Ja, wir haben aber noch, denkst du dran, den Teleporter-Ding. So. Fahne haben wir auch noch nicht, ne, oder? Ne, noch nicht. Guck mal, hier könnte ich eine machen, so. Können wir hier später weiterbauen. Dann macht die Tür. Die Tür. Ich esse echt hart, doch. Ja, ich bin hier am Rein- und Raus-Rennen, ne? Alles gut. Aber immerhin, sie macht auf und zu. Was nicht zu überhören ist. So. Jetzt macht sie gleich, die ist zehnmalig. So, da ist nichts. Dann können wir noch einen, können wir noch... So, hier oben können wir jetzt schon mal... Hallo. Hier ist nichts Hallo. Hier wird nicht Hallo. Da kommt noch eine Treppe hin. So, Nummer eins. Dann können wir hier in die Tür. Das ist schon verrückt, man. Passt das jetzt, oder ob das das ist? Der passt nicht. Oh, der passt nicht. Nein, der muss wieder weg. Aufheben. Und... So, jetzt passt er. Okay. Der hat eigentlich auch hier eine Doppeltür eingebaut. Ich bin hier. Ich bin hier in die Tür. Ich bin hier in die Tür. Ich bin hier in der Tür. Und dann habe ich hier in den Tür. Es geht nicht so schnell rein. Hier gibt es nicht mehr. Passt er jetzt, oder passt er nicht? So. So, hier muss es aber auf jeden Fall noch. Das müssen wir, wir bauen das bis unter das Dach da. Das ist ganz schön hoch, das Teil. Also hier haben wir richtig Platz und können richtig in die Höhe bauen. Huch! Hey, hör mal auf da mit der Tür! Scheiße! Das geht nicht. Also Doppeltürmen können wir nicht machen. Ich habe ja gesagt, welcher den hat, ne? Ich kann doch nicht ahnen, dass die kaputt ist. Woher soll ich denn wissen? Das haben wir doch immer gemacht. Ich habe hier oben einen und der hat mich mal hin und her geschoben. Könnte ich doch nicht wissen. Ich bin doch richtig geil auf die Mütze. Ja klar. Hallo. Ich mag dich. Ich kriege die nicht mal weggerissen. Wo muss ich die denn jetzt wegreißen? Sperren? Öffnen? Abreißen? Ne, abreißen nicht. Okay. Gut. Gut. Dann machen wir jetzt eben nur Einzeltür. Außerdem steht Samus zu nah dran. Nimm mal Samus hier. Ich nehme Samus ja sowieso mehr weg. Ja, und der hier, der steht auch zu nah. Wer ist denn das überhaupt? Das ist Samus. Weil die machen die Türen nämlich auch automatisch auf, glaube ich. So, jetzt muss ich kurz mal eine Hand halten. Eine normale Wand. Wo haben wir die denn? Das ist die große. Das sind die kleinen Wände. Ach ja. Da haben wir mal drei Stück vorne. Ich glaube, oben brauchen wir auch noch welche. So. Ich glaube, das war falsch bei mir. So, komm her. Komm, du Wand. Ich will dich rausnehmen. Ja, ist ja gut. Die kann einem ganz schön um den Senkel gehen durch die Tür. Ey, hört auf mich hier durch die Gegend zu spielen, ihr doofen Vögel. Wir wurden gerade angegriffen, also halt den Mund. Ich halte meinen Mund, aber nicht. Nein, ich habe ja wirklich kurz was nattern. Warte mal, hier kann man das schön auf unser Backdicht rein. So, da noch einen. Ah, drei, vier. Oh, machen wir das schön stabil und fest. So, hier kann man doch ein Stück Öfchen rausstellen. Das ist so cool. Genau. Dann können wir hier oben die Öfünsche erst mal machen. Kann ich denn einen Ofen rein? Wie hieß der nochmal? Schmelzofen. Schmelz. Was brauche ich denn? Ah, jeder brauche ich schon. Da kommen die nämlich aus dem Haus raus. Genau. Ups. Dann stellen wir die nämlich hier so drunter. Soll ich uns schon mal, wenn es kalt wird, eine Pelzausrüstung bauen? Nein, die brauchst du nicht bauen. Na? Nein, jetzt noch nicht. Nur wenn, es gibt eine kalte Gegend, meine ich, aber da brauchen wir die wahrscheinlich auch. Nein, ich mache nur Witze, weil der Hitze hier, da bist du ja bekloppt bei. Ja, 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 ist halt ein Arg. Aber nee, also ich, meine Madame latscht ja auch nacken Strom und ist immer am schwitzen. Was ich gerne hätte, wäre eine steigende Metallhacke, dass ich das vernünftig brauche. Ja, ich gebe dir ein, ich habe ja noch so viele primitive schon mal hier. Nee, warte mal, steigende. Aber Mann, geschickt euch ja nicht überall was hin. Mann. Warte mal, habe ich eine? Ja, da sollen die Öfen hin. Damit wir ein paar Öfen haben. So. Wie gesagt, nimm dir gleich Eisen und bau dir eine. Ähm, Schmelz. Schmeiß irgendwo rein. So, der Schmelzofen unten kommt weg, das wird zu heiß in der Bude. Genau. So, fünf, da kommen wir die nämlich hier oben drauf erstmal schnell. In der Wüste wird es nachts immer kalt, da willst du den Ofen haben. Oh, ich habe doch zwei. Zwei laufen noch, zwei Beine. So. So, wie sieht es denn aus. Äh, hattest du jetzt schon irgendwas gemacht? Eine Hacke oder so? Wie gesagt, nimm dir Metall und, äh, Waren und dann mach dir, was du brauchst. Ja. GPS wollte ich noch machen, ne? Achso, ich habe doch hier schon was. Genau, das stimmt. So, ähm, da brauchen wir eine Werkbank für, ne? Ja. Oder ein Vogel. Ah, warte mal. Vogel. Geh auf die Tür. Vogel, komm mal her, Tucker. Die laufende Werkbank. Okay. So, das Metall hier rein. Und, naja, hier ist noch ein... Und, das habe ich schon nicht aufgeteilt. Ähm, Werkbank. Hä? War eine Werkbank da? Werkbank, guck. Irgendwo war doch hier im Reisenden. Halt, Metall. Oh, äh. Oh, äh. Kannst du das nicht aufhören? 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 Äh, ich hab grad Holz wieder reingetan. Lasst das Holz da drin. Verbrat, äh, die Holzfarbe. Oh. Ich bringe euch gleich Holz mit, ihr Lieben. Hier wird nicht gezankt. Doch. Das muss ich mich... Das muss ich mich aufregen. Der muss nicht gemeint, Tom. Das muss ich mich aufregen. Wenn ihr euch zankt. Dann bring ich auf. Ich hab nicht gemacht. Ich hab doch mal kein Holz. Ich wollte eigentlich eine Werkbank bauen. Ich hab' zu meinem Holz geblieben. Hä? Was ist jetzt schon wieder los? Wie viel Holz soll ich da noch holen? Mann. Ist da kein Baum hier oben? Hier oben haben wir gar keinen Baum, ne? Doch. Ich flieg grad zu einem hin. Ja. Ja, äh... Oh, den holst du gerade, weil dann holst du den anderen da hinten. Guck ich da überhaupt hin? Ja, sieht gut aus. Ja, du Knutschkugel. Was macht denn die Knutschkugel nochmal? Der hat, äh, mit der Keule hinten am, aller Wert am Schwanz. Der ist ein, äh, hervorragender Steinsammler. Genau. Ah, da könnte er uns vielleicht das Lehm und so abbauen. Äh, also den Sand, meine ich, äh. Oh, sie haben hier oben nämlich einen rumlaufen. Ich weiß noch nicht mal, wie ich den zählen muss. Der brüllt ja mal mal... Der Keule. Der Keule auf, auf Weichteile. Auf die Weichteile. Der hat doch nur Harteile. Kopf ist ein Weichteil. Okay, Kopf ist ein Weichteil. Ansonsten Betäubungspfeile. Ja, soweit bin ich doch noch nicht. Leute, ich bin hier am Bauen. Also, ich hab schon, äh, Betäubungspfeile in Gegner gefunden. Ja, hab ich auch, aber, äh, ich hab keine Antworten. Warum nicht? Weil ich noch nicht so weit bin wie hier. Hier latsche immer nur in der Gegend oben. Hast du das gehört, was der da gesagt hat? Der sagt, wir werden stinkefaul und würden nur in der Gegend rumgammeln. Ja, genau. Der wird mal aufpassen, sonst würde ich ihn gleich mal hier, äh, ne? den Freiflugschein verpassen. Oh, wie kann ich? Ich hab da Kara dabei. Die macht doch schon alle, die ist ja wie auf Angriff eingestellt. Ähm, jetzt hab ich den Faden verloren, Leute. Dann nehmen wir wieder auf. Wo ist denn die Schnur? Ich wollte irgendwas bauen, ne? Ne Hacke vielleicht? Was ist das ne Hacke? Äh, ich krieg ja permanent ne Fehlermeldung von Homepideon-Flag. Bist du irgendwas da machen wollen? Ne, ich hab gerade den Ring und jetzt fehlt die Flagge. Ach so, okay. Und ich komm jetzt nach Hause und baue eben die Flagge auf. Sobald ich... Ja, Vorsicht mit der Flagge, wo du die hinstellst. Ja. Eindieweil Überhang. Wir müssen gucken, ich weiß. Ja, also hier können wir die gar nicht hinstellen, ne? Am besten wieder aufs Hausdach oder sowas. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, ich bin ja... So schnell geht das nicht mit dem Bau. Und hier, wir brauchen Leben. Solange ich da alleine... Kaktus habe ich dir gebracht. Bringt so viel von dem Zeug bitte mit. Wie geht ihr? Den Sand, den kriege ich ja. Sand ist kein Problem. Und wie gesagt, Kaktus... Fasern, wenn noch mal jemand eine Tonne Fasern mitbringen könnte. Hast du mal im Schrank eingeguckt? Warte mal, wie heißt das? Sichel heißt das, ne? Was brauche ich denn für die Sichel? Ah, eine Werkbank. Die habe ich ja, die habe ich ja. Warte mal, ich kann mir eine sichern. Man braucht noch jemand eine? Ja, wir brauchen alle eine. Okay, dann muss ich noch die Metallbare reinpacken. Dann mache ich gleich noch eine. Ja, jetzt fehlen mir Metallbare. Mal gucken. Und die Abwehrstation wäre auch von Vorteil? Ja, alles der Reihe noch. Nicht auf euch einer. Nee, doch. Komm rein, oder? Nein, 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 alles der Reihe noch. Der Ofen ist doch nicht so schön. So, warte mal hier, komm mal her. Die meckern schon rum, weißt du. So, machen wir noch eine. Einmal herstellen. So, hier sind drei in meiner Takara, sind noch zwei drin. Nehmt euch eine raus, bitte. So, jetzt kann ich mich mal durch die Gegend sichern. So, komm, los, weg bitte, Zeug hier. Ich brauche zum Bauen. Nicht Fasern. Wie viel kriege ich schon? Ja, dass das geht, wunderbar jetzt. So, hier nehmen wir die Fasern alle wegbauen. Äh, machen, äh, weghauen, wie auch immer. Äh, was geht's dir denn hier, Triple X, hm? Guck mal her, ich muss dich doch mal aus der Ecke legen, du stehst genau auf die Fasern rum. Komm mal zum Haus, sag, kannst du uns besser helfen, wenn was ist. Boah, Triple X hat man richtig gemacht. Ich bin jetzt eigentlich in die Scheiße gedreht. Ach, macht nichts, das bringt Glück. Oh, dann habe ich heute trotzdem. Das ist ja ja cool. Dann kommen wir auf, sie kloppen, da ist so lust. Und. So. Jo, Verfahrung. So, alle kriegen ein paar Punkte, wie ihr seht. So. So, dann mache ich jetzt nämlich, äh, unser Grundstück hier mal so ein bisschen. So, ich habe wieder Holz in den Schrank gelegt, ja? Ja, super. Bist du stolz auf mich? Ich bin ganz viel stolz. Es will auch noch gelobt werden. Ich werde nie gelobt. Oh Mann, das hat richtig was gebracht. Ist sicher, nehmt ihr euch aus der Karre, ne? Ja. Hat schon einer Tech-Saurier gesehen für, äh, für, ähm, Elektronik? Nein. Leider noch nein. Aber die kann man gleich selber bauen. Aber wir haben den Fabrikator noch nicht. Genau so ist das, mein Freund, mein Langhaariger. So, äh, was wollte ich jetzt eigentlich bauen? Stell bloß nicht so viele Fackeln auf. Die machen warm, ne? Die nicht. Nicht? Bist du sicher? Sind das die, die immer brennen von S plus? Ja. Ah ja. Und die machen nicht warm? Na gut. Wenn du das sagst. Was brauchst du jetzt an Material? Also, ich bräuchte auf jeden Fall, äh, warte mal, Holz braucht. Ne, was war das andere? Was war, ich bin gerade oben. Warte mal, ich muss gucken. So. Äh, wir haben hier, Sand ist vor der Tür. Äh, Kaktus. Wenn du, Kaktus, ich sag dir kurz eine Richtung, da findest du Kaktus. Du musst im Grunde auf 30, 60 fliegen. Kakteen weiß ich schon, wo ich finde. Ich muss nur wissen, was ich schon mitbringen muss. Äh, Kakteen. Massenweise Kakteen. Tonne. Drei Tonnen. Seh Tonnen. Ganz viel Tonnen. So, ich mach jetzt hier nochmal die Foundations aus dem Leben. Dann bauen wir hier das Gelände mal schön. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Ja, ich hab gar keine Foundations. Ach doch, da oben. Holz fehlt. Und Holz bitte. Äh, hattest du, glaube ich, gerade mitgebracht, Manni, ne? Ein bisschen hab ich hier schon wieder reingelegt, ja. Tausend Stück oder so. Ja, super, super. Also Holz brauchen wir auf jeden Fall auch, weil es geht weg mit morben Semmeln. Ja. Okay, bleib mal hier oben. Hier oben bin ich sicher. Ja, noch 21 Grad. Ja. Gut. Ähm. Leben. Ätsch. Ich mach jetzt mal die Sülentzer. Und V-Dash. So, jetzt mach ich mal davon schon mal 15 Stück. Hier können wir auf jeden Fall Werkbäcker reinstellen. Warte mal, eine Bergbank wollte ich machen, genau. Und eine Upgrade-Station. Ja, die Bergbank, die brauche ich nochmal ein bisschen Metall für. Oh Mann, das sieht ja richtig gemein aus mit der Sense in der Hand hier. So, jetzt mach ich erstmal die Bergbank, dass wir wenigstens eine passende Werkbank haben. So, die Bergbank, also einmal eine Bergbank. Achso, die Upgrade. Upgrade. Gut. Was fehlt mir da? Ah, da brauche ich Kristalle. Ne, warte mal, das ist, glaube ich, die moderne. Also, die Teilzeitstücke brauche ich noch und Steine. Aber Steine hat man doch. Ach, hier ist ja noch Kaktus. Okay, ich mach das schon mal da drüber. Oh, hier ist sogar Kristall. Ja, gut. Was hat das, wozu hattest du den Kristall gebraucht? Kristall für den Helm. Für die Wüstenkleidung. Ah, für den Wüsten-Ding. Nur das Problem ist, da müssen wir auch noch die Siliziumperlen für haben. Und ich hoffe nicht, dass die nur in Höhlen oder irgendwo das sind. Ich hoffe, dass die in irgendeinem Gewässer sind. Ich mach erstmal das Super Spyglass aus den Kristallen. Das könnte eher von Nutzen sein. Ja, genau. Warte mal, da geht das nicht. Das muss ich da mal rausnehmen. Ich steh mal raus. Ich glaube, das konnten wir so bauen. Super. Fehlt es mir nicht noch? Warte mal. Da ist kein Zement. Da ist kein Zement. Da ist aber keiner. Gucken, ob was im Schrank noch ist. Kein Zement. Hier ist aber jede Menge Kreatin, was ich dir jetzt reinschmeiße. Ja, ah ja. Da sagst du dir bitte alles nehmen und dann kannst du Zement machen. Ja, das mach ich auch gleich mal. Wenn du so gut sein möchtest. Ich möchte. Höflich geht das auch glücklich. So. 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 Ihr solltet euch die Schettinrüstung machen. Könnte man eigentlich auch. Aber ich hab ja die Wüstenkleidung an. Im Moment reicht es. Die ist eigentlich ganz gut, die Wüstenkleidung. Ich weiß nicht, ob die Schettinrüstung macht. So ein Unterschied. Was ist der Unterschied? Weiß ich jetzt leider auch nicht. Ich latsche immer noch in den normalen Klamotten. Nee, ich bin nacken. 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 So. Warte mal. Da brauche ich. Gut Fasern habe ich. Das kann ich erst mal da mit rüber tun. Die Werkbank stelle ich mal nach oben im Moment hoch. Da weiß man ja gar nicht mehr, wo man langs halten. So. Da mache ich da jetzt noch eine Werkbank hin. Das wird schon mal eine haben. Im Haus. So. Daneben stellen wir dann die Upgrade Bank. Dann haben wir beides so ein bisschen beieinander. Genau. So. Und da. Aufheben. Nee, aufheben. Komm. Nix. Ah, money. Ihr Lieben, tut mir leid, aber wir müssen die Fahrt erstmal wieder beenden. Jo. Ihr seht, es geht langsam voran. Wir müssen uns ernst nur ein bisschen noch rantasten. Und dann kommen wir irgendwann auch in den Flow und dann geht das auch richtig tierisch ab hier. Wir sagen einmal Tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut, vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut, gut wäre. Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe nette Kommentare, konstruktive, sachliche Kritik, dafür haben wir euch ganz lieb und wir freuen uns auf euch in all unseren Projekten und freuen uns auf euch, wenn ihr demnächst wieder reinschaut in ARK. Also Tschüss, Bye, Bye, Tschüss.